moin und herzlich willkommen zu einem weiteren video gta 5 heute randalieren wir einfach mal so einfach so wenn wir es können und uns langweich ist und ab geht's auf geht's lasst uns spaß haben ich brauche sie spaß nein der ist da go gut mal ich nicht liegen stehen lassen wenn ich keinen Bock mehr habe, hänge ich dich einfach ab alle wer braucht ganz ehrlich, wer braucht diesen scheiß Pickup alter guck mal kurz naja, es wird zu weit, bleib mir interessantes die anderen Leute auf den Sack pfff okay, geh mal hin nehm mal mit dann kommt jetzt da machen wir das Motorrad platz da da egal eigentlich richtig er kann auch nicht mal den Rumpf treffen vom mtb hehehe 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 das lässt sich regeln muss er die Einfahrt so platin platin ja schützt du mich schützt du mich schützt schützt du mich schützt du mich schützt du mich schützt du mich schützt 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 Achtung Robin kommt Scheiße Was ist das denn für Level? 34, 149 Alter Ja, die wrecken wie easy Hier Mit dem Raketenwerfer Dein Ernst Was eine Pussy, Alter Am TV muss ich erst mal bei Moss Mutual anrufen Ich will dieses Ding haben jetzt Erst habe ich Bock drauf Jetzt will ich es haben Kosta ist so 34 Weiß ich, wir lassen uns von so einer Schlampe abmetzeln Was denn das? Royal Kriminal Kauf dir mal einen kleinen Namen, du Schlampe Alter, ich muss jetzt 2000 Kilo wieder laufen hier Jetzt kommt er mit der Schrotze Genau Bisse Dein Ernst Arschloch Ich glaube ich habe noch ein größeres Problem, der ist jetzt noch heftiger hier Er hat mich versucht, gerade einfach zu überfahren und so, das reicht, wie du schon fast Jetzt kommt Ich glaube es ist ein bisschen mehr, als ob wir hier über Giovanni Okay. Verdammt, kommt's mir nicht, was ich vorhatte. Ey! Mikano zu spielen, alter! Ich weiß, was ich gleich mach, ich mach' gleich den Luftangriff an, alter. Hey, vielleicht denken sie dann, das wäre ja eine Munitionslieferung. Vielleicht sind sie ja so blöd. Ich hab' noch zu viel, money, money, money! Ich hab' noch zu viel, money, money, money! Okay. 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 Mit Granaten! Jetzt kommt der schon wieder mit Granaten! Ohhhh. Jaja. Die waren zu zweit. Jetzt kommt der schon wieder mit mir um Spezial. Oh mein Gott! Ich bin mir Feuerschüt. Hehehe. Ohhhh. Mit Minigun? Das Spiel können wir auch. was das spiel können wir auch aber wie siehst du das ich wurde gerade von costa zehnmal schon getötet also da kommen mit einer mini kann du lappen der ganze existenz alle spacko vor allem kommt neben ihr schrot